Ja hallo Fans, heute habe ich Besuch, es sei denn ich finde ihn überhaupt. Also der Tobi hat sich angemeldet. Kennt ihr den nicht? Das ist der Tobi von Aquarien Exzesse. Der hat doch einen eigenen Kanal, einen Aquarianer Kanal. Eigentlich ganz interessant. Wir wollten heute mal ein Plauderstündchen machen über Zierfische. Wird bestimmt spannend sein. Ihr seid dabei. Hi Norbert, ja ich bin hier gerade bei dir in der Nähe unterwegs und wollte mal gucken, was du so an Malawis da hast. Vielleicht kann ich bei meiner Zucht was gebrauchen. Ja wir haben ja genug hier. Da wirst du ja wohl ein paar Geschlecht davon unterscheiden können. Wie sieht das denn aus? Suchst du da mehrere oder nur die? Ja du weißt ja, ich züchte überwiegend Malawis und von daher bin ich natürlich eher auf der Suche bei Malawis. Da ist es relativ einfach die Geschlechter zu sehen, aber es gibt natürlich noch jede Menge mehr, wo es schwieriger ist oder sogar man es gar nicht erkennen kann. Ja aber vielleicht wäre das ja mal was, wenn du ja gerade über Geschlechtsunterschiede sprichst. Ich könnte mir vorstellen, das wäre für euch auch mal interessant. Sollen wir heute mal über Geschlechtsunterschiede vom Fische sprechen oder wüsst ihr da schon alle Bescheid? Ich glaube nicht, manchmal tue selbst ich mir da ein bisschen schwer bei. Wir können ja mal zusammen, der Tobi und ich, wir versuchen mal aufzuklären, wie man Männchen und Walchen unterscheidet und werdet wird. Hier haben wir jetzt ja das relativ einfach, würde ich sagen, fangen wir damit an. Das sind jetzt Shidongo Salusi, ist also ein Buntbarsch aus dem Malawisee. Hier ist der Geschlechtsunterschied relativ einfach. Also die Männchen sind diese kleinen blauen, die wir jetzt hier sehen können. Das sind kleine Männchen, die am Umfärben sind. Also am Anfang sind alle so gelb-orange und nur die Weibchen bleiben später orange. Ist also hier sehr, sehr einfach, den Geschlechtsunterschied festzustellen. Und, ähm, ich bin raus. Ja, ist sehr einfach, den Geschlechtsunterschied festzustellen. Hier haben wir eine Menge kleine Männchen dabei, wenn ich das so sehe. Das hier könnte ein Weibchen sein. Ja, werde ich mir auf jeden Fall welche mitnehmen, weil das ist ein sehr, sehr kleiner Malawi und die meisten Leute haben sehr kleine Aquarien. Von daher wäre das sehr, sehr geeignet, dann mal wieder ein paar Tiere nachzuziehen. Also ich würde mal versuchen, so einmal für die Männchen hier so bei der Flasche Bier zu füttern. Vielleicht haben wir da Erfolg. Und für die Weibchen hier vielleicht an der anderen Seite. Ja, die sind gar nicht interessiert. Also die lassen die in gar keiner Form unterscheiden. Jetzt wird es aber wirklich schwierig. Hier sind wir jetzt bei den Schmucksammlern. Das ist jetzt aber eine Zuchtform aus dem normalen Schmucksammler, so genannter White Finn. Da ist es relativ einfach, den Geschlechtsunterschied zu sehen. Die Männchen haben so eine schöne, fahnartig ausgezogene Rückenflosse und die Weibchen nur so, na sagen wir mal eher so einen kleinen Stummel oben auf dem Rücken. Wunderschöner Fisch, kommt besonders gut auf dunklem Bodengrund und ihr solltet den, gerade wenn wir zum Beispiel den normalen Schmucksammler haben, nicht mit dem Kirschflecksammler verwechseln. Der ist farblich fast gleich, ist auch dieselbe Familie. Also die sind beide Hyphesobrykon. Aber der hat in der Mitte, deswegen auch der Name, diesen kirschroten Fleck und wird auch ein gutes, gutes Stück größer. Ja Norbert, hier sind wir bei den Seimlern angekommen. Das hier sind die schwarzen Neons. Da ist es auch sehr, sehr schwierig, genau wie bei den Baben, die wir eben hatten, den Geschlechtsunterschied festzustellen. In der Größe auch recht schwierig, ich würde sagen, das Große da ist ein Weibchen. Hier sieht man es auch, wenn die Tiere ausgewachsen sind, sind die Weibchen wesentlich größer und fülliger und die Männchen werden so maximal zwei Zentimeter, die Weibchen können vier Zentimeter oder sogar darüber werden. Also bei den schwarzen Neonen, da sehe ich also wirklich auch schwarz. Ich meine, ich finde das total erstaunlich, dass wenn die so größer sind, so drei, womöglich vier Zentimeter, dass dann nur die Weibchen groß und kräftig und dick sind. Gut, dass das bei uns nicht so ist. Ne, also ich finde das bei uns Menschen so zielangenehmer. Ja Norbert, hier sind wir jetzt bei dir in den Gängen mit den Leben gebillenen Zahnkarten. Also hier haben wir Platis, wir haben Mollis, wir haben Schwerträger, wir haben Puppis und noch jede Menge anderes Zeug. Bei denen ist die Geschlechter und der Renovator, nochmal bitte. Ja Norbert, hier sind wir jetzt in den Gängen mit den Leben gebillenen Zahnkarten. Also wir haben hier jetzt zum Beispiel Platis, wir haben aber auch noch Schwerträger, Mollis und natürlich auch Puppis. Hier ist der Geschlechtsunterschied auch sehr, sehr einfach, nämlich die Männchen haben ein Konopodium. Das heißt, die Abdaflos ist zu einem Begattungsorgan umgebaut, das er bei den Weibchen einführt und uns so befruchtet. Bei Schwerträgern ist es zum Beispiel auch noch interessant, das hattest du glaube ich in deiner letzten Videos auch schon erklärt, dass es hier möglich ist, dass sogar die Geschlechter sich ändern können oder ein Viech das Geschlecht wechselt, wenn ich mich recht entsinne. Bei den Weibchen ist dieses Konopodium natürlich nicht vorhanden, sondern die Flosse ist, ja sagen wir mal so dreieckig. Und das sieht man auch schon bei Tieren, die gerade auf der Welt sind, beziehungsweise so knapp einen Zentimeter ungefähr haben. Ja genau, das ist ja so, wir haben ja alle mal mit Guppis, Schwerträger, Platis, Mollis angefangen und wahrscheinlich hattet ihr auch schon mal junge Schwimmen und konntet sehen, wie die sich begatten, eben ganz anders wie laichende Fische, legen nicht irgendwo ihre Eier ab, sondern die kriegen die lebende Junge, obwohl ja die Eier eben im Körper sich entwickeln. Eigentlich sind das Eierleger. Übrigens mit den Schwerträgern ist es aber so, wo sich also ein Weibchen zum Männchen umwandeln kann, aber nie umgekehrt. Also ich habe selber erlebt, dass ein Weibchen Junge bekommen hat und nach wenigen Wochen auf einmal sich zum Männchen umentwickeln hat. Umgekehrt habe ich das noch nicht erlebt, aber eben die lebendgebührenden sind nicht nur Anfängerfische, sondern die sind eigentlich spannend fürs ganze Leben. Was man auch noch einwerfen kann, Norbert, fällt mir gerade noch ein, es gibt ja nicht nur Tiere mit einem Gunnopodium, sondern wenn wir zum Beispiel an mexikanische Hochlandkärpflinge, wie zum Beispiel den Flitterkärpfling denken, die haben ein Anthropodium. Das ist auch ein Begattungsorgan, das aber nicht eingeführt wird, sondern eher ans Weibchen angedockt wird und so die Befruchtung stattfindet. Was dort auch ziemlich cool ist, dass die Jungen wie bei einem Männchen an Nabelschnüren, in sogenannten Nährschnüren, in Weibchen heranwachsen. Das dauert so ungefähr 40 bis 50 Tage und dann lebend auf die Welt kommen. So Norbert, jetzt sind wir hier bei den Skalaren angekommen. Die hattest du auch vor kurzem dir bei Mike mitgenommen. Da habe ich ja dein Video geguckt. Aber ich weiß, du hast Skalare früher mal gezüchtet. Ist zwar auch schon eine Weile her, aber du kannst doch bestimmt viel, viel besser erklären, wie man hier die Geschlechter unterscheidet. Das ist noch gar keine Weile her, er ist vor kurzem da. Da war ich glaube ich 15, da habe ich da Skalare gezüchtet. Ich bin kaum älter geworden, wie ihr seht. Der Bart ist etwas grau, aber das ist der einzige Unterschied. Sonst bin ich noch genauso jung, wie damals, als ich die gezüchtet habe. Ja, also so einfach ist der junge Skalar gar nicht zu unterscheiden, wenn überhaupt. Also ich habe sehr viele Skalare gezüchtet und die haben sich eigentlich gar nicht unterschieden. Und ich saß stundenlang vor dem Aquaman. Wenn die später erwachsen sind, dann kriegt also das Männchen so langsam über dem Mund einen kleinen Höcker. Das Weibchen bleibt also so schräg, wie der ist und das Männchen kriegt einfach ein ausgeprägteres Stirn. Kann man gut unterscheiden. Ja, beim Ableichen sieht man natürlich eine Legeröhre. Klar, beim Weibchen müssen da die Eier durch, die ist ein bisschen dicker. Aber wenn die am Eierlegen sind, brauche ich es auch nicht mehr unterscheiden können. Dann steht das Paar nebeneinander und verteidigt das ganze Aquarium. Also größere am Höcker zu unterscheiden. Aber normal, wenn man züchten will, macht man das so wie hier. Man kauft sich eine Gruppe, sieben Tiere würde ich sagen, Minimum. Und lässt daraus sich ein paar entwickeln. Das sind die harmonischsten Paare, das ist also viel, viel schöner. Wenn zwei so wahnsinnige Aquarioten hier vor so einem Aquarium sitzen, da können wir nicht weiter drehen. Da haben wir auch noch ein paar andere Themen. Ich denke mal, war ein spannender Film für euch. Wir sehen uns nächste Tage wieder. Aber nicht vergessen, beim Tobi, auf Tobis Aquarium Exzesse, da müsst ihr natürlich auch gucken. Der hat auch immer super interessante Filme für euch, für Aquarianer. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Tschüss.